Heute zeige ich euch zwei lustige Brookhaven-Mythen. Für die erste Mythe müssen wir jetzt von irgendeinem Haus und spawnen das Haus hier. Klicken auf Ja. Gehen dann in das Haus, legen uns hier drauf und trainieren. Und dann löschen wir das Haus. Und so haben wir eine Handel. Für die zweite Mythe brauchen wir das Moped. Fahren ins Krankenhaus. Gehen hier in den X-Ray-Raum. Hier, sehen dann hier den X-Ray-Knopf. Machen so. Also drücken dann auf E. Löschen das Fahrzeug. Und dann haben wir so eine lustige Pose. Juhu!